einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen super world das game ist letzten freitag rausgekommen ich habe schon zweimal gestreamt ich habe mega viel spaß mit dem spiel und es macht wirklich einen spaß ist es vorbei ist es crafting und es gibt niedliche pals zum fangen und zum trainieren und zu kämpfen und mit waffen ausstatten wie ihr es seht dort ich habe mich das letzte mal gesagt das seht ihr bei meinem haben seht ihr gar nicht seht ihr hier aber auf dem titelbildschirm habe ich ein bisschen was verwechselt aber ich lade euch ein macht euch gemütlich das hier ist ein live stream und macht euch gemütlich und erlebt mit mir schöne abenteuer hier in diesem spiel wir haben auf jeden fall haben wir sind das letzte mal schon ein bisschen in der karte rumgelaufen und ich habe mitgekriegt dass meine base nicht den besten standort hat obwohl ich gedacht habe es wäre schlau dort zu bauen weil es eigentlich einen schönen wasserfall gibt wie es oftmals so spielt ja der erste platz da ist nicht immer der beste von daher werden wir werde ich mich mal auf die suche begeben ob wir noch einen schöneren platz finden vor allem weil ich mitgekriegt habe ein bauplatz reicht halt nicht aus aber ihr wenn ihr die anderen live streams schon gesehen habt dann werdet ihr das ja mitbekommen haben das ist sehr eng ist das habe ich am anfang nicht kommen sehen bin da sehr unbedarft reingegangen und habe mir gedacht das passt das schon und hi sandra servus sehr schön das freut mich so ich muss nur noch ganz schnell die tags einstellen und das game in die richtige playlist gleich mal reingeben und dann gehen wir sofort los auf jeden fall habe ich mein erstes elektro player letztes mal gefangen ich freue mich noch immer darüber und ja bin ich bin wirklich begeistert von dem spiel und sehr angetan ich glaube viele sind sehr angetan was ich so auch bei anderen kanälen so lese auf youtube die sind alle so abgekommen von ihren streaming plan oder upload plänen weil sie alle ballbots spielen wie verrückt und ich freue mich jetzt auch ja es macht wirklich süchtig es weil es so viele elemente glaube ich auch miteinander verbindet dieses leichte survival ja survival aspekt mit essen und so weiter das macht auf jeden fall süchtig schaut euch mal die kleinen pals hier an und da ist auch schon mein elektropal so die klippen hier nur so blöd auf diesem berg rum schmeißt ich gebe denen einen kleinen freund bei freundschaftlichen stups nach unten so so auch fast ins feuer geworfen und der plan ist ich habe es ja auf meinen farm hier geschrieben und auch im titel eine neue base irgendwie zu bauen jetzt weiß ich nur nicht ob das jetzt schon sinn macht hier unten würde ich glaube ich ja oder hier so hier sehe ich schon chillet da gehen wir mal hin wir gehen da jetzt hin und gucken mal wir versäumen jetzt auch nicht viel zu also nicht viel zeit essen wo ich jetzt essen 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 mal dann gucke ich mal kurz in die truhe was wir schon an holz und stein mitnehmen können was machst du ja die gehen halt da hoch sparket cool nehmen wir ein paar steine mit leder hätte ich ja auch schon ich schleppe schon jetzt zu viel mit mir rum achso mehr habe ich gar nicht immer noch zu viel wolle nehme ich mal mit das gewöhnliche ei lege ich mal hier rein also ich habe auch eine menge holz dabei gut hast eh brauche ich eh sehr brav die sammeln sogar das holz ein sehr brav so jetzt rennen wir mal los und da gucken wir jetzt ganz genau hast deine base auch gewechselt okay wo bist du hingezogen da sind wieder meine freunde die hörsche die sind schon cool also wir müssen noch zehn pals fangen um das tutorial abzuschließen und ausrüstung nimm deine ausrüstung und deine pals mach dich bereit und besiege den boss im turm des rain syndicats also der plan steht mal fest wir müssen einen neuen standort jetzt für eine neue base finden dann zehn pals noch fangen und dann bereiten wir uns vor auf den kampf links vom marmut ah noch hier am anfang oder ja hier hier weiter oben hier oder hier so irgendwo da gibt es eine schöne schöne eben fläche ich bin zu weit nach unten gegangen das habe ich leider erst zu spät festgestellt ich meine hier ist auch nicht so verkehrt hier ist es auch eigentlich nicht verkehrt hier hätten wir viel platz aber das ist zu weit zu nah dran an meiner base wir gehen ein stückchen weiter mit ihm habe ich schon geplaudert level 11 ich hoffe er greift mich jetzt nicht an lieber Hirsch er ist schon cool guckt euch das mal an so majestätisch wie er da rum stolziert so und hier hätte ich gedacht hier so das war schon der Turm vom Rain Syndikat aber hier ist eigentlich eine recht schöne Ebene wir gucken jetzt mal nach rechts weil da bin ich noch nicht lang gelaufen hier so hin verklickt mich immer ab und zu komm mal zurück lässt lässt du lässt du die deine Perls mit dir rumlaufen Sandra und kann man die eigentlich gegen die anderen hier kämpfen lassen so wie bei Pokémon damals das habe ich noch nicht rausgekriegt da muss ich mal experimentieren weil die haben ja auch Angriff und sowas ja schon wieder verklickt oh was ist denn da oh was ist denn das guckt mal ein Tanzsee was ist denn das oh ist das niedlich guckt mal oh okay irgendwann fanden sie heraus das menschliche Gewehre auch schön lang und ah okay also okay die machen oh oh dann lasse ich die mal schön bei mir weil meine Perls soll nicht platt werden so ein bisschen essen hier ist es relativ bergig und uneben ach nein die Pfand naja oh Nightwing oh hier ist aber eine schöne so jetzt haben wir T-Pand auch noch ein T-Pand ich trau mich nicht auf den zu schießen ich trau mich einfach nicht auf den zu schießen ich hab Angst dass der mich tötet weil sein Kumpel da auch mit dabei ist hier ist aber auch eine schöne Ebene oh hier ist genau ist genau ein Pal und da funkelt ein Ei greift der mich eigentlich an greifen die mich eigentlich an wenn ich die Eier klaue oh was da ist es was ist denn das guck dir mal die Wurden an ich weiß ja nicht ob ich das lass ich mal lieber du bist ja cool drauf die Ohren Level 11 ich weiß halt nicht ich bin Level 9 jetzt wenn hier mal die hm ich lass es mal lieber noch also mir mir kommt es oder mir scheint es so dass dort unten wo wir gerade waren wirklich so der schönste Platz war vor allem von der von der Ebenerdigkeit also das hier wirklich gar nicht mal so schlecht ist es liegt genau neben W das Palwerfen deswegen liege ich da wozu daneben ja Glück auf Spooky oh nein ich muss sagen die Tanssee die Äffchen hier die finde ich richtig cool ich brauche so eine Affenarmee kriegen alle Gewehre in die Hand und dann geht es richtig los hier gibt es viele Ähm Erze aber ist auch kein schöner Base Platz ich glaube da unten da unten scheint es auch recht schön zu sein vor allem sind da so eine Hörsche Er ist so eine richtig coole Affenarmee Level 11 naja brauche ich mich noch nicht oh da hinten sehe ich schon einen Wilderer Schütze haben die mich jetzt gesehen nein die werden doch nicht das Paar jetzt angreifen oh doch oh er wird geschossen Wilderer Rookie Schütze oh der Schütze hat einen abgekriegt lass doch mal die Parse Ruhe die haben einen kurzen Prozess gemacht oh nein die haben da so einen Pall gefangen ab der ist zu uns jetzt gekommen sehr cool jetzt habe ich ein neues Pall dadurch gekriegt übel spooky also hier kannst du dich hier kann man gar nicht sich satt sehen an den kleinen Tierchen die sind halt ja auch einige auch richtig groß und ich glaube wir sehen jetzt hier wirklich nur erstmal so die Vorstufen weil guck mal was da so rumflattert boah jetzt kämpfen die auch noch gegeneinander warte mal vielleicht vielleicht kann ich mir so ein so ein Reh holen oh der hat den platt gemacht aber wenn ich den versuche zu fangen wird der ja bestimmt mich angreifen also das Dorf findet er hier genau dahinter hinter dem Turm Rain Syndicate hier da bin ich und man kann dann mit dem Pals auch rumfliegen also wenn wir so ein so ein Flug Viechel haben kann man mit dem dann auch rumfliegen ich traue mich nicht der tötet mich und dann dann hierher zu laufen um mir die Ausrüstung wieder zu holen ich glaube das lasse ich und den Turm müssen wir angreifen und ich muss hier irgendwie jetzt ungesehen dahin kommen was ist denn hier Schnellreise freischalten haben wir mal freigeschalten oh nein hier ist so ein oh ne der Hirsch ist tot der Hirsch ist tot gerne gerne Sandra so jetzt muss ich mal ganz schnell gucken ja wir müssen da runter okay so schlimm ist das hier gar nicht ich dachte ich werde gleich angegriffen wenn ich hier in die Nähe gehe aber anscheinend müssen wir richtig in den Turm rein und da oben müssen wir hin glaube ich und wir bereiten das dann vor wenn wir hier unsere Base jetzt hochziehen vielleicht werde ich die andere Base auch komplett dann aufgeben das muss ich mir mal anschauen wie es von da aber ich glaube hier haben wir eine richtig schöne Grundlage hier baue ich mir auch gleich mal so ein Palbox hin aha so einfach geht es also doch nicht da muss ich es doch abbauen also zumindest ist die Lagerbox also das ist so der erste Tipp wenn man neu mit den Palworld anfängt baut nicht gleich eine Riesenbase am Anfang auf ich bereue es gerade ja ich merke es gerade zuerst abbauen ich dachte ich könnte mir jetzt noch eine zweite bauen zum Glück habe ich hier jetzt einen Schnellreisepunkt und schau mal Spooky wie groß hier die Map ist also da gibt es vieles zu erkunden und da haben wir sicherlich nur die Hälfte noch nicht mehr die Hälfte also einige wenige Pulse gefunden Lager ja das ist eh mein Lager Schnellreise ah ok man kann erst ab Lager 10 verstehe so Kinder ich würde mal sagen alle jetzt ab in die Kiste hier in die Box so rein mit euch schwupps das nehme ich mal alles noch an mich so und das bauen wir jetzt ab Bauten die nicht außerhalb des Lagers bestehen können weder zurückgebaut werden einige der Bauten bleiben an ihren Plätzen alle Pulse in diesem Lager werden in deine Palbox übertragen es verschwinden dadurch keine Pulse ja da haben wir richtig viel zu tun und ich bin überfüllt und die Base habe ich halt schon aufgezogen ach du bist ok ich werde jetzt mal was zurück in die Ruhe geben hier die Steine ja die Steine kann ich mir relativ schnell so jetzt bin ich nicht mehr überfüllt jetzt muss ich aber allerdings nochmal da hin laufen aber das ist ja nicht weit so ah nein jetzt habe ich auch noch aufgesammelt verdammt wenn ich jetzt wieder loslaufe so Achtung ich mache jetzt ich gehe jetzt mal schnell schlafen dann haben wir nämlich wieder Tag und dann können wir können wir im neuen Tag mit neuer Kraft anfangen so jetzt machen wir mal die Türen zu wenn wir rausgehen jetzt habe ich das dieses automatische einsammeln ist gerade ein Gegner so ein schickipi und hier stampft auch noch so ein riesengroßes Mammut rum das hat Level 38 ein Mammorest guck dir erstmal an Spooky wenn ich mich daneben stelle wie klein ich bin wie das Maximallevel wäre mal interessant ob das jetzt schon recht ist es so cool und das coole ist wir können ja die Pals sozusagen für uns arbeiten lassen man kann richtige Fabriken richtige Fertigungsstraßen bauen wir können sie mit Waffen ausrüsten dass sie sozusagen auch unser Lager verteidigen wir werden ab und zu von Raidern und Plünderern angegriffen oder von Menschen fressenden Pals also man kann ja auch richtige Verteidigungssachen dann aufbauen und das Ganze ist wie gesagt im Early Access es verbindet alles das wenn man Pokémon liebt und Crafting und Survival genau das verbindet es und hi Tobi also Pokémon Crafting Survival Base Building Base Defending damit ist das Game und ich könnte mir vorstellen dass es sogar siehste Sandra da hast du jetzt genau das geschrieben was der Tobi gerne hört weil Tobi war bei Conan Exiles dafür zuständig für neue Arbeitskräfte zu sorgen auf der Map natürlich hat er sie ganz freundlich gefragt ob sie bei uns arbeiten möchten im Steinbruch oder so so die Box die stelle ich jetzt hierher ich bin richtig aufgeregt jetzt hier die neue Base zu bauen es ist zwar nur ein paar Meter weiter natürlich kam die freiwillig so also es kann Distanz C also das hat kann auf jeden Fall Aussaat Holz fällen sammeln also das sind meine Affen das sind meine Pals die können ja alles dann nehmen wir noch einen Lammball dann nehmen wir noch hier einen Pengu Let dann nehmen mal einen Gumus das Asox das muss ich auch mal oh das futtert aber viel ist das cool schaut und die fällen jetzt zum Beispiel den den Baum für mich und so sammeln Holz der futtert nur sehr viel der ist sehr hungrig also das sieht man hier an der essen menge die wir vorrätig haben müssten ich hole ihn mal lieber zurück weil der futtert mir die haare vom kopf so fox park feuer erzeugung level eins das ist jetzt für es machen wir mal und aussah farmarbeit farmarbeit hört sich gut an handwerk transport und stromerzeugung das bucket nehmen wir auch noch was hat was hat denn der für eine angriffsstärke 121 verteidigung 72 er sieht also er sieht stärker aus und das ist halt feuer da ist das fox park aber stärker jetzt sag ich mal von der angriffsstärke hi nico einen wunderschönen guten abend so dann werden wir mal auch die erste truhe bauen nicht genügend material er steine fehlen mir holz stein holz sphäre stein stein ich muss aufpassen das nächste mal wenn ich obwohl gut so viel so viel base hier dieser blaue ring der hier drum herum geht der zeigt mir eben an wo ich überall bauen kann und die das elfchen macht hier einen kurzen prozess mega so stelle ich jetzt mal hierher wieso baue ich denn guck mal die haben sogar spaß dabei das für mich zu machen das finde ich noch am besten dann brauchen wir einmal lagerfeuer aber ich weiß noch nicht wo ich meine base baue ein futtertrog wäre ganz gut können wir ja hier stellen wir hier hin so da ackern sie los da ackern sie los die kleinen da wird um die die sind alle so ja extrem sputzig ja seht da hungrig jetzt sammeln die die bären glaube ich oder ich muss da halt muss da die bären reinpacken dann werden wir gleich mal beete noch machen wo waren die hier bären nicht genügend material stein fehlt mir wieder hab ich hier doch die stein axt okay wieso Nico was los ja so sollte pokémon aussehen absolut so wie überlegt gerade schon wie kriege ich es ist noch nicht für PS5 es ist auch noch nicht angekündigt für PS5 also es ist auch erst im early access gestartet weil ich sehe dich Tobi ich sehe deinen Blick ja auf alle Fälle und ich glaube wir können bestimmt auch dann Pals züchten es gibt hier Weibchen Männchen also allerlei Pals die wir bestimmt züchten können kennt ihr Temtem das war auf der Playstation schon so ein Ableger und Tobi ich habe noch was guck mal hier Holz Fundament und so Fensterwände und sowas du wirst zur Ablenkung mehr Sport machen gerade erst ja das passt ja Nico du musst dich ja da nicht entschuldigen wenn du nicht mehr so oft dabei sein kannst das ist ja hier keine Pflicht veranstaltung ich weiß ja ich freue mich immer wenn du da bist und ich freue mich über jeden der mal vorbeischaut und hallo sagt Schlammschuss gelernt und die Pals entwickeln sich auch und leveln so jetzt habe ich das da können wir sicherlich noch ein Beet dazu machen ist ist denk man mal groß so die Statue brauche ich mache ich erstmal später eine Viehfarm Holz und Fasern brauche ich dafür und schau mal der der Pingu der ist halt so ein Wasser Pal und auch Ost Pal und der der gießt hier jetzt die Beete er sieht aus die Äffchen sind super die Äffchen sind super brauche ich immer noch Holz und Fasern ja Tobi siehste hi wie ich mein Servus guck mal mit MP braucht meist mit so einer Maschinenpistole sagen wir ja noch gar nicht aber guck mal wie es niedlich wie es schlitzt ja so was wollte ich jetzt machen Fasern und Holz und sowas ich sollte mal ich kann jetzt hier nämlich so eine Abbaustellen bauen Holzfällerlager da gibt's dann 10.000 Holz und da bauen die das Holz immer ab Stein eine Werkbank sollte ich auch bauen das wäre vielleicht auch eine schlaue Idee Anscheinend ja anscheinend ja anscheinend geht das ich weiß nicht ob das rausgepatcht wird auf der anderen Seite es ist ein Spiel es gibt andere Spiele da ist das viel schlimmer dargestellt Conan Exiles zum Beispiel und ja man hat als Spieler selber die Wahl ob man das macht oder nicht so also wie gesagt das ist nicht das erste Spiel wo das funktioniert und ähm von daher ja wie gesagt ich bin da man muss es nicht machen also man ist dazu nicht gezogen man kann ja selber entscheiden ich werde das nicht tun von daher ist für mich alles gut so Reparaturwerkbank äh da seht das Äffchen baut jetzt nämlich dort an dem an dem Holzfällerlager das ab und wir haben jetzt 9900 Holz dort na das ist so wie die Ego-Shooter Spiele von damals äh ich hatte damals ein T-Shirt an einer Schule ja ich spiele Ego-Shooter nein ich bin kein Amokläufer ähm ist ja hat er also ne entscheidet er selber ist nur ein Spiel weil ich Jagd-Simulatoren zum Beispiel spiele ich bin auch kein Jäger zum Beispiel aber da muss jeder hat da seine Meinung dazu und die ist richtig und ähm muss jeder für sich entscheiden aber für mich ist das jetzt kein Punkt äh dem Spiel da ähm also das Spiel nicht zu spielen hallo Damage Pixels servus schön dass du vorbeischaust ich hab schon gelesen bei deinen äh Post in der Community Umzug und so weiter stressig gewesen so Steine achso als nächstes wäre der Steinbruch nicht schlecht 50 Steine brauche ich wo kriege ich jetzt meine Steine hierher da hinten sehe ich es schon das 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 laufen Umzüge meistens nicht aber schön wenn es jetzt halbwegs vorbei ist und genau Sandra es gibt viele andere Sachen und schöne Sachen vor allem zu machen die werden wir machen wir haben ja jetzt auch schon ein paar von wild wilder befreit so Steine 49 jetzt muss ich noch einmal da drauf klopfen das werde ich glaube ich hier hinstellen das passt so zum Glück brauchen wir für die Aussaat nicht irgendwas Spezielles guck mal aber ich habe das Gefühl dass man weniger Holz durch diese Dinger kriegt vielleicht ist es auch nur ein Gefühl jetzt gucke ich mal hier rein ja Steine haben wir vier Stück reizen mal Holz ich habe ein Horn wird für Medizin gebraucht Wolle Erz das schmeiße ich mal rein Feuerdrüse Fallsaft Oma wie ich meine schaust dir an und dann entscheidest du und entweder magst du es oder man mag es nicht und dann ist das auch absolut in Ordnung also ich muss sagen ich bin ich bin begeistert bisher vom Spiel es macht mir sehr viel Spaß es hat einen totalen Süßheits- und Knuffigkeitsfaktor mit den kleinen Parts ich könnte mich ich kann ja ich könnte mich hier einfach so hinsetzen und den so zuschauen vor allem das Lammball die Ohren guckt euch mal die Ohren beim Lauf an guckt mal guckt mal das Äpfchen also ja er ist voll dabei er macht die Beete also er bewässert die Beete mit voller Kraft trotzdem brauche ich ja also Fasern Holz naja komm wir gehen jetzt mal selber noch mit sammeln kann ich eigentlich schon im Bett bauen ne ja genau und du kennst kennst mich ja mittlerweile und du kennst ja auch viele jetzt schon im Chat und da fragt man oder tauscht man sich vielleicht auch ein bisschen anders aus als bei Fremden wo man das erste Mal reinschaut und so weiter schau es dir an ich glaube jeder kann und dafür genau für das stream ich ja auch dass man genau sieht was ist das Spiel und wie ist es wirklich in Realität und schneit es nicht zusammen und dann sieht man was man hat oder was man kriegt und ich muss mal was futtern hier ich hab noch gegrillte Beeren also das Essen und so weiter also diese Nahrungsaspekte sind sehr rudimentär also sehr leicht zu handeln sie sind da es gibt auch Kälte das heißt wenn wir in der Nacht ohne Kleidung rumrennen dann frieren wir und verlieren Lebensenergie und sobald wir am Feuer sind wärmen wir uns auf und wenn wir Kleidung haben dann ist auch immer ja oder die Frisur finde ich auch richtig gut oh Waffenbruch so jetzt habe ich ein Problem jetzt habe ich tatsächlich ein Problem habe ich doch nicht ich kann mir eine Reparaturbank bauen ich kann ja auch eine Pal-Ausrüstungswerkbank bauen dafür brauche ich zweimal Stoff ich habe die halt oben in der Base stehen ich baue mir das jetzt einfach nochmal auch wenn ich das jetzt doppelt und dreifach mache aber jetzt fangen wir hier mal richtig an mit der Base das wird die Ausgangsbase werden für alle Abenteuer das hätte ich gleich am Anfang machen sollen aber ich bin nicht bis hier her runtergelaufen aber der Platz gefällt mir hier schon echt viel viel besser und ich habe jetzt schon wieder einen Schritt weiter gelernt die Pal-Box muss ungefähr die macht ungefähr die die Mitte aus von dem blauen Ring den wir hier drumherum haben das ist genau der Bereich wo ich bauen kann ich habe das jetzt dahingestellt ich habe ein bisschen Wasser mit erwischt damit und ich habe jetzt hier natürlich die ganzen Erhöhungen und die ganzen den Hang hier mit dabei wo ich nichts hinstellen kann also wieder was gelernt wenn er eine Base baut stellt die Pal-Box irgendwo ein bisschen mittig und dann ich wollte es halt schön dorthin stellen aber naja schauen wir mal wie sieht denn das Futter aus oh ja 109 also für die Pal-Box ist auf jeden Fall gesorgt jetzt repariere ich mal hier meine Steinhacke und die Steinaxt meine Kleidung sollte ich auch mal reparieren aber das mache ich später Holz bräuchte ich eins oh es wird dunkel ich Okay, dadurch, dass es jetzt dunkel wird, mache ich erst mal schnell ein Lagerfeuer hierher. Der Turm, das ist der nächste Punkt, den wir sozusagen, das ist beim Tutor. Ich zeige auf meinem... Ich habe gerade mit meinem Finger dahin gezeigt. So, und ihr seht das natürlich nicht. Ihr seht da oben links, oben rechts, das Tutorial. Und da steht, nimm deine Ausrüstung und deine Perls, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Und das muss der Turm des Syndikats, also da steht Turm des Rain-Syndikats. Und ich gehe mal davon aus, da müssen wir irgendwie hoch uns durchkämpfen. Wie auch immer, keine Ahnung. Aber das wird unser erster Endboss sein. Damit schließen wir das Tutorial ab. So, äh, jetzt brauchen wir, habe ich die Ausrüstungsbank für Pulse. Okay, nicht unter Level 15. Gut, okay. Das werde ich beherzigen. Und hier können wir nämlich die Perls ausrüsten. Und hier, zum Beispiel können wir unser Foxparks, also das ist dieses Feuerperl, was ich habe. Wo ist er? Ich zeige euch den mal. Ja, hier. Den können wir ausrüsten als Feuerwer... äh, Flammenwerfer. Das ist dann so eine Partnerfähigkeit. Und da können wir so ein Foxpark-Geschirr machen aus Leder, Feuerdüse und Paldiumbruchstück. Geschirr zur Handhabung von Foxparks ermöglicht es dir, Foxpark damit, bei Aktivierung der Partnerfähigkeit, als Flammenwerfer auszurüsten. Und viele Pfeile mitnehmen. Okay. Du hast das schon gemacht, oder, Sandra? Als nächstes muss ich auf jeden Fall für meine kleinen Freunde, äh, mal ein paar Betten bauen. Hier. Dafür brauchen wir Holz. Also Pall-Stroh-Betten. Die schlafen da nämlich super gerne drin und ich möchte, dass es denen auch gut geht. Bei mir. Deswegen müssen wir uns tun... Da, jetzt schläft er. Der ist in Tiefschlaf gefallen. Also alle sind in Tiefschlaf gefallen. Und jetzt schlafen sie halt auf dem Boden. Ach nein, wie er da liegt. Guckt mal. So könnt ihr euch mich vorstellen, wenn ich schlafe. Ach, ist das... Das ist echt lieb. So. Die schlafen alle jetzt. Ich brauche auf jeden Fall ein paar... bisschen Holz. Okay, war heftig. Das werden wir sicherlich heute nicht schaffen, aber... Ich hoffe doch mal in den nächsten Streams dann. Hier liegt auch ein Ei rum. Und hier findet man auch so Eier, die wir wahrscheinlich dann... Ach, das wird so ein... so ein Sparkle. Also so ein... ähm... bestimmt so ein Elektro... Prall sein, weil die können wir dann ausbrüten. Es gibt nämlich hier so einen Technologiebaum, wo man sich das freischaltet. Und da gibt es antike Technologie. Und hier sieht ihr den Brutkasten. Und da können wir ein Prallei hineinlegen. Dann wird das automatisch... ähm... ausgebrütet. Dazu brauche ich allerdings ein antikes Bauteil, was ich noch nicht weiß... ähm... wo ich das finde. Hier können wir ein... Direhall-Sattelgeschirr... ähm... bauen. Ich habe so ein... so ein Wolf. Und dann können wir auf dem Wolf hier rumreiten. Da gibt es heiße Quellen. Pals können sich darin entspannen und ja... ähm... hier... Gai regenerieren. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall für unsere Pals. Kleine heiße Quelle. Dann hier Sandsäcke. Für... Verteidigung. Und hier ganz unten... Schaut mal. Tanzliche Sturmgewehr. Die können wir mit Sturmgewehren ausrüsten. Also das wird noch witzig. Hier gibt es dann so Giftpfeilarmbrust. Musketen. Päubungsknüppel. Alte Pistole. Es gibt auch Musikzimmerset. Metall... Metallregal-Set. Kälteresistente Metallrüstung. Also ihr seht schon. Das Spiel... Da spielt es ein bisschen dran. Einzelschussgewehr. Und, und, und. Bis hier unten haben wir sogar so einen Zielsuch-Sphärenwerfer. Keine Ahnung. Für die Herstellung wird Waffen-Fließband-Handwerk 2 benötigt. Panzerfaust-Munition, Panzerfaust, Absperrungsset, Sprommast, Sitzresistente Palium, Minium-Rüstung, stationärer Raketenwerfer. Ich glaube, das geht hier noch richtig ab. Kann man auch im Multiplayer spielen. Also wirklich so gegeneinander mit Base und Raids und sowas. Ich bin jetzt hier erstmal im Single unterwegs. Erstmal ein bisschen das Game lernen. Was man alles so machen kann. Wie man das machen kann. Und erstmal entdecken. Das ist ja okay, Oma, wie ich mein... Oh, Pfeile. Pfeile gefunden. Pilze nehmen wir auch gleich mit. Holz. Den fälle ich jetzt mal. Das ist ja okay. Wie gesagt, also... Hat ja so jeder seinen Spaß an Spielen oder... Man muss ja nicht alles dran haben oder so. Ich freue mich ja, dass du da ein bisschen zuschaust und mitschreibst. Und ich gucke mir zum Beispiel auch bestimmte Spiele nur an als Streams. Wo ich sage, ja, so selber würde ich es jetzt nicht spielen. So zum Zuschauen ist das mal ganz nett. Beim Alltimer zum Beispiel. Beim Alltimer zum Beispiel. Ich schaue ich gerne Snowrunner zu. Selber spiele ich es nicht mehr so gern, beziehungsweise ist mir zu langatmig. Aber zum Zuschauen ist es immer extrem entspannt. Also. So. Ähm. Was wollte ich jetzt als nächstes bauen? Holzbetten. Oder kann ich jetzt auch... Ich wähle hier mal diese Viehfarm. Dafür brauche ich aber noch Holz. Sechs Stück. Weil da kann ich unsere Schickipi... Ich glaube Schickipis... Da reinsetzen. Dann produzieren die Eier. Ich schaue es beim Aldi auch rein. Oder wie? Hansi kommt seiner Arbeit nicht nach. Oh. Ah. Siehste? Oh, die macht das richtig super, oder? Ich gucke das immer zum Einschlafen, weil er so... So eine... So eine... Also so eine Bärenstimme hat. Wie so ein Geschichtenerzähler. So, jetzt können wir hier die Viehfarm... Baue ich mal hierher. Einfach mal. Da bin ich schon gespannt, was wir da machen können. Schönes. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem... Geihfaktor 97%. Das ist sozusagen... Ähm... Wie so ein Energielevel, oder? Und man muss denen dann wahrscheinlich auch Pausen gönnen. Ja, falls die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Da müssen wir echt bald jetzt mal loslegen und den Bettchen hinstellen. Sonst, da habe ich hier eine Meute, die, äh... Die meutert. Die gegen mich, äh... Glaube ich, auf die Barrikaden und dann geht. Sieben Betten brauchen wir. Das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Sollst du ein Fasern? Naja, klar. Da oben sind, äh... Bäume und da gehen wir hin und da... Können wir uns mal ein paar Bäumchen holen. Lasst es euch schmecken. Oh, schöne Lasagne. Oh, wow. Einen guten Appetit. Auch euch einen schönen Abend. Gut. 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 Gerne, gerne. Da muss ich auch mal schauen, wir können ja unsere Fallbox auch weiter hochleveln. Ah, jetzt bin ich voll. Ich hoffe, der Hirsch macht jetzt nichts. Da ist ja meine kleinen Kumpels in Ruhe. Sonst kriegt er den ganzen Zorn von Apehanger Gaming zu spüren. Und dann 10 Minuten später. Nein, ich will nicht sterben. So, 7 Bettchen. Nicht genügend Materialien. Fasern fehlen mir wieder. Ah, du kannst am schnellsten... Verstehe. Ja, das wäre so der nächste Punkt gewesen, was ich mich selber so gefragt hätte. Wie schaffe ich es relativ fix aufzusteigen? Aber damit hast du mir meine Frage schon beantwortet. Übrigens gibt es so einen kleinen Trick, um die Haltbarkeit hochzusetzen wieder. Man muss es einfach hin und her switchen zwischen Truhe und Inventar. Dann läuft es wieder von 10 Minuten ab. Ist halt Early Access noch. So, was gegessen. Ah, bekomme ich Boni, verstehe. Ach, und hier... Ja, jetzt lassen... Lässt zum Beispiel das Lammenball... Lässt hier Wolle fallen. Weiß nicht, was er macht. Und wenn ich ein Shikipi hier jetzt noch hätte... Er würde mir Eier da, glaube ich, hinlegen. Oder Federn oder sowas. Irgendwas. Auf jeden Fall. Lagerverbesserung. Primitiver Hochofen und heiße Quellen. Okay. Das muss ich freischalten. Technologie. Heiße Quellen. Hier habe ich Technologie-Punkte. Habe ich sieben Stück. Einmal heiße Quellen. Und... Hochofen. Dann muss ich Level 10 werten. So, und dafür brauche ich Pallsaft. Und Pallsaft habe ich... noch nicht so viel. Ich brauche noch eine Truhe. Machen gleich mal mehrere Truhen. So, wir brauchen Fasern und Holz. Ich muss noch die Bötchen fertig machen. Du brauchst das schon wieder halb 10. Mensch, die Zeit fliegt ja das ja der Wahnsinn. Ja, kann ich da noch eine Wand dann hinstellen? Das ist die Frage. Das sind 5. Freut sie sich. Das ist die Frage. So, haben wir schon mal das ein bisschen angefangen. Und das Bauen funktioniert echt super. Außer die schrägen Dächer. Die sind noch nicht so vom Klippen her. So, gegrillte Pilze. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das hier, der Fox Park. Ah, cool. Der brutzelt jetzt die Pilze durch. Der brutzelt jetzt die Pilze durch. So. So. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht hier so ein, so ein Kugel reinkriege und alles überall verteile. Vielleicht wäre es gut, wenn ich ein bisschen mit System einpacke. Ich nehme mir das jedes Mal vor. Und jedes Mal scheitere ich dran. Kann ich das Essen reinpacken? Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht vergesse. Es hat halt eben eine Haltbarkeitsverlust. Zeit. So, was hatten wir gesagt? Ich muss auf jeden Fall heiße Quellen. Palsaft? Wie kriege ich denn Palsaft eigentlich? Das lassen die Pals einfach mal fallen, oder? Also, ich mache wahrscheinlich noch so bis 22.10 Uhr, 22.05 Uhr so. Also, gute halbe Stunde machen wir noch. Von Wasserpals. Er versucht auch ein Wasserpals zu sein, aber... Ist aber kein Wasserpals. Also, dich hätte ich ja gerne. Lüftet durch mein Haus durch. Ich weiß gerade noch nicht. Wasserpals. Irgendwo bin ich doch gestern lang... Äh, vor... Ne, vorgestern langgelaufen. Von den beiden kriege ich das. So, Teepfand. Ist das lustig? Mit dieser Falle können Pals, die hindurch noch festgesetzt werden. Alarmglocke. Ja, ansonsten... Die Statue, da brauche ich halt... Storich Stein. Ah, okay. Und Paldex sehe ich, wer das... Wolle und Lammballfleisch. Da haben wir rote Beeren, Ei und Schikipi-Fleisch. Schwache Medizin kriegen wir vom Lifmunk. Leder und Feuerdüse. Palsaft. Hier, von Fuak. Da kriegen wir, äh, Palsaft. Elektro-Düse. Pilz. Und auch vom Pengu-Lett. Warte mal. Und Medizin ist ja auch nicht schlecht, ja. Die lassen das ja einfach so mal fallen, ja. Glaube ich. Ich muss eh noch sieben Pals fangen, um meinen Tutorial-Fortschritt. Ja, genau. Die gehen wir auf jeden Fall gleich lang. So, dazu mache ich aber mal die Taschen leer erstmal. Und den Rucksack. Die vier Pfeile sollte ich mir noch machen. Feuerpfeile. Nee, ich mache normale Pfeile. Wie die da draußen rumflitzen. Sehr lustig. Oh, das Lammball ist durchs Feuer gelaufen. Das Lammball steht in Flammen. Mal löschen lassen. Bist du jetzt echt durchs Feuer gerannt? So, gleich haben wir's. Wie viele sieben habe ich noch. Müssen wir mal gucken, dass wir genug Sphären haben, damit wir auch die Pals fangen können. Ich nehme malen. da haben wir schon ein pinguillett wir haben das ist jetzt euch noch gut dann kann ich das nicht mehr fangen aber peilsaft habe ich du armes kleines tier und ihr bösen bösen mail packers echt prozess gemacht weil sie kurz angehittet worden da verstehen sie keinen spaß aber schluss mit lustig aber so mild packer brauche ich eh noch hier haben wir jetzt ziemlich viele feuer feuerpals aber wir haben pals saft gekriegt müsste eh unten an dem see wo ich dort bin eigentlich viele wasserpals geben wilderer rookie oh da war ja schneller da als ich gedacht habe box pack ja 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 sehr gut hat mir mein fox pack hat das leben gerettet naja ja ja nein Das war zu viel. Das war nicht das, was ich brauche. Wuhuhuhu. Aber nehmen wir mit, das hatte ich noch nicht. Wundervosität. Wundervosität. Das war eine schwierige Situation jetzt. Das war die Profi. naja, hier werde ich die Wasserpals nicht finden hier oben da muss ich hin diese grünen Sachen brauche ich da kann ich mich meine Fangwahrscheinlichkeit erhöhen mit und auch meine Perls mit, glaube ich aufleveln zwei Palsferne habe ich noch jetzt habe ich gleich drei oh, da gibt es eine Truhe die brauche ich ich liebe Elektro-Pokémon äh, Pokémon sag ich schon, Pals so, Level 10 das gefällt mir doch langsam noch eine Palsphäre Goldmünzen, Palsphäre, kleine Palsäle oh, Ziehwasser, also Ziehwasser sollte ich auch noch trinken mit sieh Jetzt kommt es schon. Ja, das ist schwierig. Da hätte ich jetzt mit einem Knüppel wahrscheinlich drauf gehen müssen. Oh, er ist noch böse auf mich. Ein bisschen Spannung zwischen uns. Eine leichte Spannung spüre ich da. So, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung mehr. Ah, jetzt bin ich ja wieder bei denen hier oben. Dann ist Dorf. Lager. Es knistert, ja? So leicht. Dann schaut mal da hinten. Da gibt es, also es gibt ja hier überall Türme, ne? Da hinten ist auch noch ein Dorf. Da komme ich ja, glaube ich, her, oder? Schon wieder eine Orientierung wie so eine Bockwurst. Da hinten, da ist so ein bisschen, ja, wie eigentlich der Alpen? Schnee und so weiter. Das ist bestimmt auch Schneepals. So ein Yetipal oder so. Auf jeden Fall gibt es hier einige Elektro-Pals. Ich habe nur keine Sphäre mehr dabei. Das ist so ein bisschen blöd gerade. Oh Gott. Oh nein. Guck mal. Hm? Ich werde als nächstes, müssen wir mal probieren, ob wir diesen einen großen Flattervogel vom Anfang, da Level 9 oder 10, was der war, fangen können. Boah. Verdammt, oh, ich habe keine Sphäre dabei. Guckt euch mal den an. Tom, what? Oh, der ist böse. Der ist böse. Oh, 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 oh. I need help. Up. Da ist auch noch einer. Level 12. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht alle Pals sind knuffig. Er hat es nicht ins Bett geschafft. Damit kann ich Holz und okay. Ich probiere das jetzt zu fangen da. Das ist zwar Level 12, aber ich werde es trotzdem probieren. Was soll passieren? Danke. Da ist es da oben. Also greifst du ihn an. Okay, mein Fokussball. Oh, wiss ich. Hilfe. Oh, Mann. Das wird der Neue nicht vertilen. Ist doch wohl nicht. Ah, okay. ja da haben wir noch das daytream jetzt haben wir noch Versuch Nummer 2 ja wenn dieser Pall dich besonders mag versetzt er dich in einen tiefen Schlaf und lässt dich bis zu deinem Tod süße Träume träumen na schön Dank auch sehr schön beide gefangen was hier brauchen wir einen Schlüssel oh Krats Mensch hier laufen ja mal coole Pals rum ja sagen es läuft hey Twin das hat auf jeden Fall was ich meine wo kann man so ne süßen knuffigen Tierchen mit Maschinenpistolen ausstatt nur Raketenwerfern und dann kämpfen ja ist sehr cool dann wünsche ich dir viel viel Spaß in dem Spiel bin gespannt oh depresso ist ja richtig gefährlich hier in der Nacht da ist so ein Flattervieh hier müssen wir uns holen schau meine arbeiten schon so ja ich brauche Holz und Stein wie viel habe ich denn jetzt noch davon ja gar keine mehr das war ja die letzte Palsphäre die ich hatte so was kann der denn Giftschuss der braucht richtig Level Synchro oh oh den kann ich nicht einsetzen der kann es mir auf den Puff anscheinend rum natürlich alle freiwillig ich bin lieb zu ihnen und sie helfen mir dafür sie haben auch Betten Sandra ich wünsche dir auch eine gute Nacht danke dass du mit dabei warst und ähm schönen Abend noch und morgen schönen Tag den brauche ich da den muss ich mir unbedingt besorgen den Nightwing also Stein und Holz brauche ich und ihn brauche ich auch jetzt wo ich Level 10 bin traue ich mich glaube ich auch Level 10 und dann hab ich auch nicht getestet, also hab ich jetzt auch nicht vor, da ist ja ein riesen Aufschrei drum herum ähm, ich spiel hier für meine Perls, weil ich hab Temtem gespielt, ich hab Pokémon gespielt als Kind Pokémon Gelb und Blau und Rote Editionen damals auf dem Gameboy und ich hab Spaß an dem und ich muss jetzt hier nicht die Menschen fangen, aber kann jeder selber entscheiden, woran er Spaß hat versteh den Aufschrei nicht ganz, aber okay Überfall Mitläufer-Fan-Mob Oh oh Achtung, wir werden überfallen Prals, zu den Waffen Wir haben noch keine Waffen Ach du je Boah Meine Rüstung ist beschädigt Danke dafür Was sind denn das für Viechel Ey Hier ist ja was los Das muss ich unbedingt Oh je Ich muss mein Zeug jetzt mal bald reparieren Mein Pal ist leicht verletzt Du bist verletzt Oh je Oh je Oh je Oh je Dafür brauche ich Stein. Stein, ich brauche mehr Stein. Boah, da ist er direkt gelandet auch noch. Nur ich messe. Ich habe keine Pfeile mehr. Na klar, es ist ja so logisch. Ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt, wo er direkt vor meiner Nase landet, kann ich ihn nicht fangen. Das ist jetzt echt Ironie. Alles klar, Twin. Danke fürs Vorbeischauen. Und ich wünsche dir morgen einen angenehmen Tag, auch wenn er lang wird. Und viel Spaß bei Palworld. Vielen Dank. So, er baut ab. Das ist jetzt echt ärgerlich, dass ich keine Pfeile mehr hatte. So, probiere ich jetzt die Hörsche. Obwohl, die haben Level 10. Beide. Mit tiefer Hochofen. Nagel, Bauwerk. Federaarschmuck. 50 Steine, naja. 50 Steine. 50 Steinen. 80 Steine. 90 Steine. 80 Steine. 50 Steine. Flüssig Ich lass mir das jetzt mal brutzeln. So, alles mal wieder repariert. Hochrufen. Na gut, da brauchen wir 50 Steinen. Das machen wir mal wann anders. Ihn hätte ich gerne. Uh, das war ein Treffer. Ach, oh je. Nein. Ja, mir ist ihn nicht getötet. Okay, Notiz an mich selber. Wenn dann nicht so nah an der Base. Dann kann ich ihn nicht mehr fangen. Verdammt. Und meine Base geht dadurch ein bisschen kaputt. Das ist natürlich nicht so cool. Acht Punkte habe ich. Aktische Tracht, tropische Tracht. Okay, bessere Hitze ertragen. Ich brauche dafür nur noch Leder. Was brauche ich da für hier mit einem Punkt? Unbekannter Gegenstand, unbekannter Gegenstand. Auch langsam zum Schluss kommen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Neun Stück. Ich hätte jetzt noch gern das Geschirr. Leder. Wer gibt mir denn Leder? Alles klar. Habe ich einen Wasserpalm mit dabei? Ne. Aber sie müsste ich eh. Was? Was? Oh. Vier noch. Ei, ei, ei. Hm, gut, dann muss ich mal mich aufmagazinieren mit Pfeilen und vielleicht auch das Sperrmal produzieren, was ich hab mit Schild. Obwohl die Pfeile mir am ehesten zusagen. Gut. vier stück drei habe ich schon mal damit prallseelen okay gut okay ihr lieben dann werde ich jetzt auch mal zum ende kommen vielen vielen dank dass er mit dabei gewesen war ich wünsche euch eine gute nacht vielen dank falls ihr das hier als video ich angeschaut habt und dann sehen wir uns im nächsten stream oder nächsten video wieder wieder und habt eine schöne zeit bleibt gesund und munter und passt auf euch auf bis bald tata und glasen bis bald Untertitelung des ZDF, 2020